Servus, meine lieben Füchse und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Karriere mit dem FC Augsburg. Heute geht's gegen Werder Bremen. Das letzte Spiel gegen Hertha BSC war eher so mittelmäßig. Ich möchte mich dafür nochmal entschuldigen, aber vielleicht hat jemand einen Kommentar geschrieben. Ich hab's danach auch weiter probiert. Es wurde ja besser. Ich hab nicht nur meine Tore kassiert. Aber ich war einfach scheiße in diesem Spiel. Warum? Ich hab keine Ahnung, aber es ging einfach nichts. Also, ich werd mich auch versuchen, demnächst ein bisschen mehr zurückzuhalten. Nicht immer alles, grundsätzlich alles so richtig nieder zu flamen, einfach aus Prinzip. Weil es nicht daran liegt, weil die KI oder die Spieler scheiße sind, sondern weil ich scheiße bin. Ich muss ehrlich sagen, es kann auch mal sein, dass die Spieler vielleicht mal nicht das genau so machen, wie ich will. Das kommt mir vor, dass wenn ich irgendwie nach rechts drücke, aber der Spieler steht rechts unten quasi, dann ist automatischer Pass. Den hab ich an, weil sonst krieg ich gar nichts hin, dass er halt einen Pass nach unten spielt und da steht halt ein Gegner oder irgendwie sowas. Das kann passieren, da kann ich aber nichts groß dafür und damit muss ich auch leben und damit muss ich auch rechnen. Wenn ich nicht damit rechne, dann bin ich selber schuld. Moment mal, der müsste nicht ver... Ja, aber ich schau kurz nach, wir sehen uns gleich wieder. So, ich hab mal nachgeschaut, da stand irgendwas mit Winzer im Sturm spielen oder so, weil Köpke nicht so gut gefällt. Äh, ja, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich fand Köpke eigentlich ganz gut. Also, ich, ich hab das Gefühl, dass ich mit dem relativ gut zurechtkomme, deswegen würde ich den auch mal drin lassen, aber ich würde Parker einfach mal mitnehmen, dass man halt so ein bisschen durchwechseln kann. Ne, muss ja auch mal sein. Vor allem nach dem letzten Spiel, da muss man auf jeden Fall durchwechseln. Ich würde mal Czerny hier auf links probieren. Ähm. Heldas gleich auf rechts. Kajubi hat mir in den letzten Spielen nicht so gut gefallen, wenn ich mich noch nicht erinnere. Dafür würde ich mal Parker drin lassen. Für den Burgers, das ist halt unser bester Stürmer, den lassen wir auch drin. Hintereck hat eine rote Karte, das ist nicht gut, dafür nehmen wir Janker rein. Und Klostermann würde ich sagen, nehmen wir mit. Max lassen wir da, Opare auf der rechten auch. Äh. Ja, und vielleicht Leitner hat mir eigentlich vorher auch gespannt, weil ich, ich weiß, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, ja. Ich hab schon wieder verdrängt, wie genau denn die Spiele waren. Äh, ja, ähm. Wir können einfach, wir schmeißen einfach mal Kedira rein, für Leitner. Und nehmen, wir lassen mal Katscha von Anfang an spielen, nehmen Kedira mit und wechseln Kedira mal ein. Ähm. Keine Ahnung. Für wen? Weiß ich nicht. Für, so, so für Kajubi. Weil Kekoritsch hat mir eigentlich auch gut gefallen. Ich, 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 ich hab ihn zumindest gut in Erinnerung, ja. Also, es heißt, es kann, äh, meine Fresse. Konzentrier dich, Junge. Es kann natürlich auch sein, dass er im letzten Spiel total scheiße gespielt hat, aber ich hab ihn halt von irgendwie davor oder so noch irgendwie gut in Erinnerung. Ich muss hier hinter der Ecke auch noch raushauen. Äh, dafür hier auch Janka rein. Aber in dieser Aufstellung werde ich sowieso nicht spielen, denn ich werde jetzt mal die ausprobieren, die wir jetzt gerade eben gemacht haben. Und ich hoffe, dass das Spiel ein bisschen besser läuft. Ich werde versuchen, mich zu konzentrieren, vielleicht ein bisschen weniger zu reden. Darauf müsst ihr euch jetzt einstellen, dass ich etwas ruhiger sein werde. Aber hoffentlich dafür etwas erfolgreicher. Vielleicht, vielleicht soll ich einfach mal die Spieler raustun, die nicht ganz volle Ausdauer haben. Lass ich Gregorici auf rechts spielen. Und auf links und anfangen dann doch Kajubi. Okay, einfach mal eine Mannschaft auf den Platz schicken, die komplett fit ist. Auch mal einen Sturm komplett auswechseln. Und mit Cordoba und Parker vorne drin, ja. Einfach mal was komplett anderes, weil, im Vergleich zum letzten Spiel, irgendwas müssen wir ändern, ja. Weil, das war vor allem in den ersten 20, 30 Minuten, wo wir innerhalb von 5 Minuten 3 Tore kassiert haben. Das war gar nichts, ja. Danach wurde es ein bisschen besser. Dann kam noch die rote Karte dazu und es war halt einfach, einfach ein Scheißspiel. Ich habe mich dann währenddessen, glaube ich, auch ein bisschen aufgegeben. Es war auch nicht sonderlich praktisch, gebe ich zu. Das tut mir leid. Und ich hoffe es, dass ich es jetzt besser mache. Ich gehe wieder auf Konter und hoher Druck. Wobei ich jetzt ein bisschen andere Spiele habe. So, Kajubi. Ah, schade. Da war Cordoba ein bisschen zu träge. Vorsicht. Max Kruse, schön zurückgespielt. Uh, direkt mal der erste Angriff hier von Bremen. Der erste Torschuss. Gefährlich, gefährlich. Mit ein bisschen konzentrierender Verteidigung. So, sehr schön gespielt auf Parker. Komm, Parker. Ah, zu früh geschossen. Scheiße. Ich weiß noch nicht genau, wann ich schießen muss. Ich habe immer so die Angst, wenn ich weiter renne, dass ein Tor weiter rauskommt und dann den Ball hat. Ich glaube, ich muss einfach mal versuchen, weiter zu rennen. Ja, Cordova. Ich weiß noch nicht, wenn ich weiter rauskommt und dann den Ball spielt. Aber viel für mich hat wahrscheinlich was anderes. Ich komme gerade, kein Zugriff. So, raus. Raus mit dem Ball. Raus mit dem Ball. Spiel dein Ball hat ein bisschen zu lang gebraucht, um den zu spielen. Ah, schade. Ja, sehr schön. Nein, 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 nein. Wir, wir waren jetzt schon kurz vor dem Ohr kratzen. Ah, so. Schade. Ja, ist klar. Bisher läuft es ganz okay. Nichts besonders Gutes, aber auch noch nichts so besonders Schlechtes. Weil eine Chance hatten wir ja schon. Diese Kopfballchance von Gregoritsch war es, glaube ich. Nein, nein, der geht ja nicht hin zum Ball. Parker. Was tun sie da? Sehr schön. Bayer, komm, nachsitzen, nachsitzen. Sehr schön von Gregoritsch. Hilft auch nach hinten mit. Sehr gut. Nein. Bremen spielt aber bisher auch ganz solide. Komm schon. Drauf da, drauf da. Ah, die ist weg, die ist weg. Sehr schön, der Druck ist jetzt. Und der Druck, die Flanke rausgeschlagen. Sehr schön. Die Flanke sind im Hintergrund, ne? Werder Bremen. Finde ich cool. Bremen ist ganz schön aggressiv, ne? Die hauen ganz schön Pressing raus hier. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Vielleicht mal ein bisschen auf ausgeglichen gehen, nicht auf offensiv. Sie merken, wir haben nicht für den Burgesson vorne drin. Ich muss echt mal probieren zu schießen, wa? Oder mal so die Flanke. Jawohl, aus der Entfernung. Warum denn nicht, ey? Wurde zwar jetzt nicht so gefährlich, aber immerhin. Es zählt als Torschuss. Können sich aber hier hinten zu leicht durchkombinieren. Boah, Bremen mit ihrem Pressing, ne? Die spielen ist aber auch echt gut. Kein Abseits, kein Abseits, alles kann direkt in der Mitte. Schade. Die Flanke war da nicht gut genug. Bis jetzt, es stand einfach keiner da. Die Flanke war einfach nicht gut, ja. So, ruhig das Spiel aufbauen. Muss ein bisschen in die Seite wechseln. Und einfach mal draufhauen. Komm, Cordova. Cordova. An die Latte. Boah, das war ein guter Schuss, ey. Der war sogar ein bisschen angedreht. Der hatte EFE und der kam stark. Schade. Schöner Versuch. Nächste Torschance für uns. Ich hoffe nicht, dass es diesmal wieder an der Chancenverwertung scheitert. Da bin ich nämlich auch noch immer so... So ein Pechvogel. Und dann war es wieder auch immer so. Man sieht, dass die Flanke war immer noch so. Ach so, da bin ich mich. Das war's. Ich habe eine Neue-Date. Ich habe einen Daumen-Date. Ich habe eine Prozent-Date. Ich habe einen Daumen-Date. Ich habe eine Plüks-Date. Ich habe eine Rechte. Ist hart, dacht différentes. Oh komm, Eckball, Eckball. Ist ein Eckball für uns, ist ein Eckball für uns. Jawohl, sehr schön. So, den spielen wir jetzt ein bisschen besser aus als vorhin. Komm mal nachher. Jawohl. Oh, dahin wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Probieren wir uns einfach mal. Yanker! Der Schuss war so überraschend stark von da. Und zwar leider ein bisschen zu nah auf den Torhüte. War genau auf den Torhüte. Aber haben wir wieder einen Abschluss. Sehr schön, sehr schön. So, komm, lauf mit. Lauf mit, Junge. Ich spiele mal ein bisschen besser, bitte. Und, äh, z.B. auch bei solchen Sachen jetzt hier, ähm, da kann ich halt auch nur den, da kann ich halt auch nur sagen, ja, spiele einen Pass in den Lauf. Wie er den Pass in den Lauf spielt, ähm, das kann ich dann nicht mehr genau bestimmen. Es ist halt meistens das Gefühl, ähm, ich komme mit den Pass, mit den Pässen in den Lauf, und die sind nicht so klein. Die sind anders als mit den Vorgängern, ja. Die gehen nicht ungefähr in den freien Raum, sondern die gehen oft ziemlich zentral auf den Spieler. Und damit komme ich nicht so ganz klar. Das ist eine Sache, die ich selber noch nicht so ganz beeinflussen kann. Da kann man schon mal sagen, ja, es liegt ein bisschen an der KI und an den Spielern. Aber wahrscheinlich auch, das war schlecht, wahrscheinlich auch nur, weil ich selber damit nicht klarkomme, ja. Weil ich will hier nicht schon wieder so einen Shitstorm auslösen. Oh, das war schlecht. So schlecht verteidigt. Jawohl, sehr schön. Sehr schön von Max. Starke Aktion, ganz, ganz starke Aktion. Ja, aber, pff. Da hat mal Ball gespielt. Oh, geh doch hin zum Ball. Komm, ruhig, ruhig, ruhig. Ja. Eckball, der hätte, der hätte, der hätte ich früher flanken müssen, weil da wäre mehr Raum gewesen, das wollte ich eigentlich nicht, aber egal, mach mal draus, was wir können. Aber was macht ein, war das Cordoba? Ich glaube, es war Cordoba, der hat ja so blindlings vom, äh, hü! Berück dich mal, ja? Ich hatte den Ball. Irgend so blindlings vom Ball her gelaufen ist. Und übrigens, jetzt gerade auch so eine Sache, die ich nicht beeinflussen konnte. Ich hatte ja gerade, weil ich weiß gar nicht, wie ich ihn hieß, wo ich halt von eins auf die andere gelaufen bin, da konnte ich auch nur gerade auslaufen. Ich habe ein bisschen nach links gelenkt, aber da läuft das Spiel halt genau dahin, wo der Ball, wo der Ball aufkommt. Und da konnte ich die Richtung auch nicht bestimmen. Und da konnte ich zum Beispiel auch nichts machen, außer halt, wenn ich zu sagen, dass er rennen soll. Wohin er gerannt ist, konnte ich da in dem Moment nicht beeinflussen, bis zu dem Moment, wo der Gegner den Ball angenommen hat. Da ging es dann wieder, warum auch immer. Nee, nee, das war scheiße. Nicht, nicht gut zu Ende gespielt. Einfach nicht gut zu Ende gespielt. Es hapert gerade ein bisschen im Sturm. Komm, geh hoch zum Kopfball. Hitz, 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 Hitz! Geh doch hin! Mann, schmal wie ein Hitz. Was machst du denn? Das kann ich zum Beispiel auch nicht beeinflussen, ob der Torwart den Ball nimmt oder nicht. Ich kann sagen, dass er rauskommen soll, aber dass er ihn nimmt, kann ich nicht beeinflussen. Oh, Jungs! Machen wir diesen scheiß Ball da jetzt raus! Meine Fresse! Rumgebolze da am eigenen 16er. Hui! Ja, das kann's. Ja, kann man auch mal machen. Was pfeift der das, ja? Also Vorteil! Und die hatten ja wirklich noch einen Vorteil, ja? Also bitte. Lächerlich. So, raus und drauf. Drauf! Drauf! Bremen gerade ein bisschen in der Drangphase. Oh! Nicht neben den Ball! Hm! Gerade wird Bremen besser uns gefärbt. Ich muss die Aufstellung ändern. Ich würde gerne... So, wir müssen gerade irgendwas verändern. Und das will ich mal so machen. Und zwar möchte ich Cordoba auswechseln. Und Köpke dafür vorne rein tun. Ähm, dann... Gregorici auf links. Schmid auf rechts. Und Khedira kann hier auf dem ZM spielen. Und machen wir jetzt hier unsere drei Auswechslungen. Vielleicht etwas defensiver. So, den haben wir. Den müssen wir eigentlich haben. Wir standen da vor dem... Vor dem Spieler. Die Eckbälle sind gefährlich von Bremen. Ach, wohin denn? Oh nein! Oh, dieser scheiß Ball da jetzt raus. Verdammt nochmal! Ah! Kann nicht wahr sein. Wir bekommen gerade keinen Zugriff auf dieses scheiß Spiel. Ja, bla bla. Das ist ein Ball in dem Moment weggespielt. Selber schuld. Komm, geh hin! Ja, sehr gut. Die elbe Karte hin oder her ist mir scheißegal. Komm, mach weiter jetzt. Ein bisschen Körperbedürnte Spüge werden sie wohl aushalten. Ach, guck... Das habe ich gemeint mit diesem passenden Lauf. Der Ball war zwar in Lauf gespielt. Das heißt, das Spiel hinterher rennt. Aber der Ball geht quasi direkt auf den Mann. Und deswegen haben wir jetzt doch gerade Jeden den Ball bekommen. Weil halt genau da ein Bremer stand. Den müssen wir eigentlich auch haben. Weil wir davor stehen. Ach, nein. Unnötiger Eckball. Muss doch nicht sein jetzt hier. Ach, komm, du stehst doch davor. Ich bekomme gerade keinen Zugriff auf das Spiel. Ich kann gerade machen, was ich will. Es funktioniert gerade leider nichts. Oh, Mann. Die Pässe sind zu schwach. Oder nicht genau genug. Oh, Köpke. Abseits, oder? Ja. Bin mir eh daneben gewesen. Mann. Ich komme in der Verteidigung gerade nicht zurecht. Komm schon. Ja. Warum nicht einfach mal draufhauen? War zwar sehr abseitsverdächtig, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf. Du bolst einfach mal drauf. Ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach mal abziehen. Und dann geht der Ball an den Innenpfosten und rein. Sehr schön. Die spielen die Bälle genau in die Lücken. Ja, perfekt. Den muss Opare eigentlich auch haben. Da stehen tausende Spieler von mir. Und keiner bekommt Zugriff auf den Ball. Raus da. Dann kann der den da so volley nehmen. Möchte ich mal kurz sagen, das ist auch so eine Sache. Ich habe den Spieler, ich habe Flanke gedrückt. Das ist auch so eine Sache. Gut, ich hätte vielleicht vorher besser laufen können. Aber wenn der Angefall einmal so ist, dass die halt so laufen, dann kommst du sehr schwer hinterher. Da muss wirklich sehr gut sein, wenn du da hinterher kommst. In dem Moment, ich kann nicht mehr machen, außer die Flanken oder Grätsch oder Pass das so zu drücken. Aber in dem Moment bringt es einfach nichts mehr. Da ist es quasi schon vorentschieden, dass der Ball reingeht. Es liegt nicht an der KI, sondern es liegt einfach daran, weil ich nicht gut verteidigt habe. Aber wenn halt, das ist halt das Problem mit so ein bisschen FIFA, wenn man einen Fehler macht bei sowas, zum Beispiel ein bisschen falsch sich hingestellt hat, dann hat man null Chancen, dieses Tor zu verteidigen. Dann ist es quasi safe, dass der Ball drin ist, wenn du einmal so einen klitzekleinen Fehler gemacht hast. Und das ist es, was dich so ein bisschen aufregt. Und dass der halt den Ball auch direkt zur Wolle nimmt und so perfekt reinmacht, da... Ja, mein Gott. Passiert halt. Nicht so weit! Idee war gut, Umsetzung, scheiße. Mal kurz ein Deck gehabt. Komm! Ja! Das ist nämlich auch so eine Sache. Ich drück nach rechts mit dem Kopfball, aber Khedira köpft nach links, weil da halt irgendwie ein Gegenspieler hinten steht. Das ist halt so eine Sache in FIFA. Da kannst du auch nicht wirklich was machen. Die Kopfbälle sind manchmal so... Was hat der da gemacht? So, scheiße gespielt, Spiel verloren. Mann! Arrrr! So, aber ich hoffe mal an die Leute, die jetzt noch zuschauen, die sich in den letzten Folgen vielleicht mal so aufregt haben, bitte mal in die Kommentare schreiben, könnt ihr jetzt vielleicht etwas mehr nachvollziehen, was ich auch in den letzten Folgen gemeint habe. Habe ich jetzt ein bisschen klarer gemacht, was genau ich meine? War das jetzt so von der Art besser, dass ich mich nicht aufgeregt habe, sondern versucht habe, ein bisschen ruhiger zu bleiben? Obwohl ich auch wieder hätte rumschreien können. Ja, ja, läuft gerade nicht. Zwei Spiele hintereinander verloren. Das Gutes gegen Hertha war richtig scheiße. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal besser. Aber immer noch nicht sonderlich gut. Okay, wir machen mal hier so eine, was wir können wollen, so ein bisschen Augsburg motivieren, weil irgendwas, irgendwas muss anders laufen. Und ich bin am überlegen, ob ich das wirklich machen soll, weil es ist halt ganz geil, aber es hat dann halt nichts mehr mit der Karriere, mit dem Verein an sich zu tun. Deswegen, nur mal die Frage an euch. Nationaltrainer Österreich, ja, nein, ihr dürft entscheiden, schreibt es in die Kommentare. Oder Mexiko, Österreich und Mexiko, ja, nein, keins von beiden, eins von beiden, könnt ihr entscheiden, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich gerade wiederholt. So, da war es, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir gegen Lederkusen spielen und hoffentlich mal wieder gewinnen. Wer hat sich verletzt? Möhwald. Wird für neun Tage ausfallen, ja, geil. Äh, wann haben wir denn da so... Der hat ein relativ gutes Potential. Der hier hat schon eine 62. Wir übernehmen den einfach mal ins Profiteam, ja? Danke, Chef, bitteschön. Du musstest ja zwangsweise spielen, weil ein Typ da weg war in der Verteidigung. Wie, wie hieß er nochmal? Warte mal. Ich habe ja den Namen von Verteidiger vergessen. Hinteregger, genau, Hinteregger. Rote Karte, der hat jetzt aber wieder keine mehr. Das heißt, er wird jetzt hier wieder reingeworfen. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hauen rein, Leute. Ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute.